Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, euer AJ. Ja, ist wieder Dienstag, neue Woche. Diese Woche auch mit dem neuen Thema natürlich. Diese Woche mit dem Thema Video an mein spätere Sich. Ja, jetzt definiere ich natürlich auch später. Ich persönlich würde für das spätere Ich ein Video machen, wenn ich natürlich mit allem fertig bin, wenn ich endlich da angekommen bin, wo ich hin will. Diesem Ich möchte ich persönlich gerne sagen, dass ich verdammt stolz drauf bin, es dann so weit geschafft zu haben. Dass der Weg definitiv kein Fehler war, auf gar keinen Fall. Dass ich da immer weitermachen soll und definitiv das Leben genießen soll, möchte, will, wie auch immer. Und ja, auf das stolz sein soll, was ich da wirklich dann auch geschafft habe, zu dem späteren Zeitpunkt. Da ich ja jetzt auch schon stolz bin auf das, was ich jetzt schon geleistet habe. Und ja, wer weiß, wie mein späteres Leben wird. In die Zukunft gucken kann ich natürlich leider nicht. Ich glaube, dann würde ich auch nicht in meinem jetzigen Beruf sitzen, sondern irgendwo, keine Ahnung, und mir den Arsch voll verdienen. Und ja, geht aber nicht. Nein, also, ich möchte meinem späteren Ich einfach wirklich nur sagen, dass mein späteres Ich stolz auf sich sein soll, oder auf mich. Haha. Und ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen. Einfach weitermachen, fit bleiben, weiter natürlich Sport machen. Und vielleicht hat man späteres Ich auch eine Freundin. Man weiß ja nicht. Irgendwann bestimmt. Und ja, nicht unterkriegen lassen später. Und das war es endlich auch schon. Mehr wird mir jetzt zumindest nicht einfallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Dienstag. Kommt gut in die Woche, da die ja heute offiziell erst angefangen hat. Hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und bis zur nächsten Woche, meine Lieben. Ciao. 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 . Ciao.